Hallo und herzlich willkommen zu Tell Me, dem Trading-Podcast von Finanzen.ch. Mein Name ist Thomas Kolb und die Sendung wird Ihnen präsentiert von IG Bank, eine in der Schweiz regulierte Bank und ein führender CFD-Broker, der seinen Kunden modernste Trading-Technologie und Zugang zu über 17.000 Märkten bietet. Weitere Informationen finden Sie auf IG.com. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertschriften handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und Sie handeln auf eigenes Risiko. Die Märkte sind weiterhin sehr stark. Traders sprechen hier von einer V-Erholung. Dabei werden Gap-Lücken gerissen. Gaps entstehen, wenn die Kassamarkteröffnung mit einer Kurslücke zum Vortag handelt. Und diese Gaps werden in der Regel geschlossen, können aber auch für einige Zeit lang offen bleiben. Ein gappender Markt mit mehreren Kurslücken spricht von einem großen Kaufdruck. Das ist ungewöhnlich für die Sommermonate. Das kann man jetzt mit geringeren Umsätzen begründen. Die Charts sagen aber, wir bekommen neue Allzeithochs. Zumindest kommen wir immer näher dran. Die Unterstützung des Marktes erfolgt auch nicht durch verbale Interventionen der Notenbank. Es wird nicht übermäßig Liquidität zugeführt. Die Aktienrückkaufprogramme sind zwar wieder angelaufen, doch der Treiber sind die mangelnden Gewinnrevisionen. Die Large Caps haben mehrheitlich nicht enttäuscht. Die Prognosen wurden am oberen Ende konkretisiert. Damit ist das Schreckgespenst. Fallende Forward-PIs vom Tisch. Die erwarteten Gewinne sind nicht zu hoch geschätzt. Technisch ist der Markt stark überkauft. Eine Konsolidierung ist überfällig. Der Bereich um 5.450, 5.350 Punkte im S&P 500 sollte so eine Zielzone sein, bei dem der Markt durch breite Marktteilnehmer unterstützt wird. Erst darunter würde sich das Bild eintrüben. Es bleibt dabei, die Märkte sind bullisch. Die Short-Trades kippen langsam um. V-Erholungen sind selten, doch für Shorts gefährlich. Es bleibt dabei, der Sommer hat eigentlich zu wenig Liquidität. Die Liquidität soll ausgetrocknet sein, zu sprechen, zumindest Asset Manager. Wir werden es beobachten. Kommen wir zu Einzelaktien. Die im Frühjahr an die Börse gebrachte Firma Galderma ist ein Erfolg. Die Aktie ist weit gerannt und die Story ist nachhaltig. Galderma ist als Joint Venture aus Nestle und L'Oreal gegründet worden. Bei Red Equity Firmen haben dann zugeschlagen und ein Dermatologieunternehmen geformt. Hautpflege und Hautkrankheiten sind der Schwerpunkt. Kosmetische Medizin ist hier ein Wachstumsfeld. Landläufig wird ja Botox zur Faltenbehandlung eingesetzt. Eigentlich ein Medikament aus der klassischen Medizin und wird natürlich auch für die Schönheitsbranche zweckentfremdet. Galderma ist hier extrem gut aufgestellt. Die kosmetischen Injektionen sind der größte Bereich der Schweizer Firma. Die Botox-Alternative wächst jährlich um 20%. Und während Botox und Co. eher lähmen, werden andere Produkte als Filler genommen, das sogenannte Aufspritzen. Biosimulatoren regen die Kollagenproduktion in der Haut an und führen zu einer Hautstraffung im Bindegewebe. Galderma macht derzeit etwas mehr als die Hälfte des Umsatzes mit kosmetischen Injektionsmitteln aus. Ein Drittel kommt aus der Hautpflegesparte. Das kleinste Segment sind Medikamente. Der Bereich therapeutische Dermatologie sind verschweibungsfrichtige Medikamente gegen Hautkrebs, aber auch einfache Akne, die an sich auch schlimm verlaufen kann. Und diese Medikamentensparte hat grundsätzlich Blockbuster-Potenzial. Der umgangssprachlich ausgesprochene weiße Hautkrebs ist die häufigste Hautkrebsart. Der breitet sich nur in der oberen Hautschicht aus. Die Aktie ist auf jeden Fall schon mal sehr gut gelaufen. Die sollte auf jeden Fall auf die Watchliste und kann bei Schwäche ruhig ins Depot wandern. Die Analysten der Bank of America rechnen nämlich mit einem jährlichen Umsatzanstieg von über 10%. Der Gewinn soll um fast 20% steigen. Erwartet werden Produktneueinführungen im Haut, Glättungssegment, sinkende Kosten für Forschung und Entwicklung und steigende Produktpreise, wenn die Wirksamkeit belegt ist oder sogar besser ist als die Konkurrenz. Und hinzu kommen dann Medikamente für Hautkrebs oder stark juckende Haut. Die Chancen sind also groß. Die Aktie ist aber schon viel eingepreist. Die Aktie ist schon weit gelaufen. Man sollte also auf Rückschläge warten, um dann einzusteigen. Kommen wir nochmal zu unserem Partner, IG Bank. Wenn Sie Ihre Trading Skills weiterentwickeln möchten, sind Sie bei der IG Academy genau richtig. Hier handelt es sich um ein kostenloses Online-Angebot, bei dem Sie aus einer Vielzahl von Kursen und On-Demand-Webinaren zu Themen wie technische Analyse oder fundamentale Analyse, Optionshandel, Forex, Handelsstrategien und vieles mehr wählen können. Sie können sich über die IG Academy einloggen, dort ein Demokonto finden und auf Live-Märkten mit 20.000 Schweizer Franken virtuellem Guthaben handeln. Probieren Sie doch einfach das mal aus. Den Link zur Academy stelle ich in die Shownotes. Auf meinem YouTube-Kanal habe ich heute Vormittag ein Video zu Xiaomi gemacht. Der Smartphone-Hersteller, Nummer 5 in China, stellt seit ein paar Monaten Autos her. Stückpreis 30.000 US-Dollar in der Basisversion. Die Power-Variante bringt 700 PS auf die Straße und fährt in 2,8 Sekunden von 0 auf 100. Morgen veröffentlicht der chinesische Elektronik-Hersteller das Zahlenwerk zum zweiten Quartal. Die durchschnittlichen Schätzungen der Analysten gehen von fast 30% Wachstum aus in chinesischer Währung. Im Auftragsquartal gelang ein Umsatzplus von 27%. Der bereinigte Überschuss soll etwas niedriger ausfallen. Das erste Elektroauto von diesem Smartphone-Hersteller, der SU7, der Speed Ultra 7, wird als Tesla-Schock bezeichnet. Erinnert optisch aber eher an den Porsche Taycan. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Ähnliche Linienführung, 5 Meter lang, keine Kopie, aber eine Anlehnung. Wesentliche Halbleiter im SU7 kommen übrigens von Infineon. Leistungsmodule aus Silizium-Cabit werden hier verbaut. Das verbessert die Fahrleistung und erhöht die Lebensdauer der Batterie. Infineon liefert auch Microcontroller. Technik made in Europe. Also, das Auto gibt es nur in China. Dabei soll es auch bleiben. In diesem Jahr werden 120.000 Fahrzeuge gebaut und im nächsten Jahr soll die Produktionskapazität verdoppelt werden. Das Smartphone-Hersteller verliert derzeit mit jedem Fahrzeug knapp 10.000 Dollar. Aber die Firma kann es sich leisten. Xiaomi's Einstieg in den E-Auto-Markt wird als vielversprechend angesehen. Die Analysten sind alle bullig. Die Aktie ist ausgebrochen. Das wird sicherlich durch die Zahlen bestätigt. Viele Grüße und alles Gute. Die Analysten sind alle bullig. Die Analysten sind alle bullig. Untertitelung des ZDF, 2020